Mein Name ist Michael Klug, ich bin 42 Jahre alt und ich habe meinen Prämit-Spruch aus dem Lukas-Evangelium gewählt. Und der heißt, wer mein Jünger sein möchte, der nehme täglich sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Mein Name ist Markus Stange, ich bin 25 Jahre alt und mein Prämit-Spruch ist der letzte Vers aus dem Matthäus-Evangelium. Seid gewiss, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Mein Name ist Peter Kunz, ich bin 30 Jahre alt. Mein Prämit-Spruch stammt aus dem zweiten Korintherbrief, Mitarbeiter eurer Freude. Nicht viel schlafen, weil ich glaube, es ist ein großer Tag, auf den man lange hingearbeitet hat. Der Tag, der jetzt mal so vorläufiges Ziel ist, bevor es dann so richtig losgeht draußen in der Pfarrei. Ich denke, das wird eine ganz spannende Stimmungslage werden. Da werde ich aufgeregt, werde ich unausgeschlafen, da werde ich müde sein, wahrscheinlich auch aber einfach voller Freude auf das, was da kommt an diesem Tag. Ich kann endlich die Sakramente spenden. Ich finde die Sakramente sehr wichtig, auch in der heutigen Zeit. Und natürlich auch der Dienst. Es ist der Dienst für die Menschen, mit den Menschen, auf denen man sich in den Jahren des Studiums an der Uni vorbereitet hat, nun in Gemeinschaft zu leben, den Glauben zu leben. Wir werden die ersten Stellen bekommen, wir werden umziehen, wir werden dies und jenes vorbereiten müssen für den Schulunterricht, der dann kommt. Ja, ganz viele Sachen, aber voller Freude auch auf diese Veränderung. Auf die Begegnungen mit den Menschen und nicht jetzt auf die Begegnungen mit Menschen als Diakon, sondern auf die Begegnungen mit Menschen als Priester. Und dann eben auch ganz konkret als Priester in der Welt von heute zu leben, mit den Menschen zu leben, die Nähe Gottes in den Sakramenten erfahrbar zu machen. Ich bin gespannt auch, dass natürlich die Prämitz und alles gut über die Bühne läuft. Ich bin gespannt auf viele neue Begegnungen mit vielen Menschen in der nächsten Zeit. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!